Hey Leute, erstmals kleine Info und zwar wird auf meinem Kanal eine neue Serie kommen und ich wollte euch neue Info geben und zwar wird die erste Folge auch bald kommen und zwar schätze ich mal um halb zwei oder so Wow, genau, hat zwei Uhr nachmittags und ich sag euch jetzt schon mal um was, dass es handelt Es handelt um ein armes Mädchen, das neu ist und drei Kinder, äh drei Teenager-Mädchen, sehr gemein zu ihr sind und sie möchte einfach nur, ja keine Ahnung, sie möchte auch respektiert werden und wird dadurch sehr böse und sie hat ja auch eine Freundin, sie hat auch eine Freundin bekommen und sie wird dadurch sehr böse und dann kommen die drei Mädchen und sie wollen sie böse machen und die andere Freundin, die muss sie retten und ihre andere Freunde und ja, das war's mit dem Mini-Infovideo und ja, bye! Dein Daumen nach oben und viel Spaß dann bei der Serie und noch eine Info und zwar kommt im Moment gar keine Geisterschwestern und was auch immer noch, dass ich geplant habe, weil ich jetzt für das andere Projekt arbeite und ja, bye!